Hallo, habt ihr auch das Gefühl, irgendetwas hat sich hier verschworen? Ja, aber diesmal nicht gegen euch, sondern mit euch. International Rock Conspiracy 2011, am 15. Januar in Berlin, in der Wabe. Mit dabei sind... Progressive Experience, aus Italien. Aus Polen, Lewowski. Und aus Deutschland, Crystal Palace. Stakes, the wings of the butterfly, red on the green sky. The hands of the father shouldn't hurt so bad. The eyes of the mother shouldn't look so sad. And a child, and a child, and a child. Sei dabei, beim International Rock Conspiracy 2011 in Berlin. Auch im Web bei rockradio.de. International Rock Conspiracy, am 15. Januar 2011, in der Berliner Wabe, Danziger Straße, ab 19 Uhr. Mehr Informationen unter internationalrockconspiracy.com. Ich bank immer wieder'de,- unterschiedlich oder gar ohne. Komplett 2020? Also, wir sind ein bisschen wie auch. Oder auch im Web, wenn wirya nicht erwählen. Assim trotz AG- ver Sport, würdeذا irre jets해주ville. Vielen Dank.